Hallo und willkommen zurück zu Mass Effect. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Ich krieg's auch nicht hin. Ähm, ja, willkommen zurück zu Mass Effect 2. In der letzten Folge haben wir ja ein bisschen beim Shadowbroker rumgelinzt, Updates abgeholt, in den Fruchanka, Updates gekauft. Sturmgewehr 7-7. Oh? Ich kann die Waffen, äh, die Biotik-Updates gar nicht machen. Also, hey, versteh ich nicht. Hä? Hä? Wurden die dann automatisch fettfrei geschenkt? Das ist interessant. Ähm, neue Nachrichten, okay. Checken wir das noch ab, bevor wir zur Citadel fliegen. Leslie. Äh. Leslie? Auf Air. Achso, ah, alles klar. Das war die, die wir, ähm, ja, gerettet haben da auf den Planetoren von Jacobs Vater da. Der König gespielt hat. Der Noob. So, guck denn mal auf zur Citadel. Cit, 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 Citadel. 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 Thane und Garoself. Ich denke mal, wir werden beide Loyalität ein bisschen mit den Beinen machen. Also, zusammen. Quasi. Citadel. Oh. 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 Also machen wir jetzt als erstes Sane fertig. Und dann müssen wir aufpassen, dass wir bei Garros ein Quest item looten, was wir noch als Nebenmissionen abgeben können. Was ich schon versucht hatte schon mal zu machen. Aber da waren die entsprechenden NPCs noch gar nicht da. So, jetzt muss ich die beiden noch mal skillen. Oh, der hat ja noch gar nichts. Oh, Scheitermunition, die ist nicht schlecht. Was? Ja, Besondheit ist wichtiger. Warte mal. Verbestet. Werfen. Fell. Deo. Zack. Obwohl, die restlichen Skillpunkte haben wir uns auch für die Schredder-Munition. Obwohl, warte mal. Wie viele haben wir? Das sind eins, zwei, das sind drei, das sind sechs. Also den kriegen wir gar nicht. Da können wir ruhig... Warte mal. Drei, sechs, neun haben wir. Also können wir die ersten zwei nehmen. So, okay. Geras. Betäubungsschuss. Ja. Ah, Betäubungswelle. Ok, ok. Hier genau das gleiche. Nutz zwei. Das haben wir uns auf. Munition passt. Ich habe in den Verbrechensberichten von C-Sicherheit Hinweise auf einen Fälscher namens Fate gefunden, Shepard. Das wäre vielleicht ein guter Anfang für die Suche. C-Sicherheit berichtet außerdem, dass kürzlich ein Drell den Zoll passiert hat. Das Büro von C-Sicherheit hat sicher weitere Informationen darüber. Jo, jo. Speicherstand erstellt. Und dann mal los. Dann mal los. Nicht den, dann. Man möchte glauben, die Citadel hätte die strengsten Sicherheitsvorkehrungen der gesamten Galaxie. Ich kenne C-Sicherheit so gut, um das zu glauben. Aber ich bemerke 14 schwere Versäumnisse, die ein erfahrener Attentäter ausnutzen könnte. Acht davon gab es schon bei meinem letzten Besuch vor zehn Jahren. Nicht gut, nicht gut. Oh no. Ja? Mein Partner will seinen Sohn finden. Wir vermuten, dass ein Krimineller von hier ihn angeheuert hat. Dürfte kein Problem sein. Es gibt hier nicht viele Drell. Da haben wir es ja schon. Einer meiner Leute hat kürzlich ein Drell gesehen. Und er hat mit Maus gesprochen. Interessant. Maus? Ein Kleinkrimineller. Vermutlich hat nicht er ihren Jungen angeheuert, erst er ein Bote. War früher eine Schachtratte. Und erledigt alles, wenn er dafür bezahlt wird. Ich hab genug gehört. Maus ist meistens oben vor dem Darkstar. Ein öffentlicher Com-Terminal ist sein Büro. Sieht aus, als sei ihr Junge mit den falschen Leuten unterwegs. Ja. Seh ich auch so. Wenn Maus sie nicht direkt zu ihrem Sohn bringen kann, weiß er zumindest wer es kann. Und wenn nötig, kann ich auch noch helfen. Dann beeilen wir uns mal besser. Ui ui. Sie haben ihm nicht gesagt, dass Kolyat ein Attentat plant. Er ist ein Bulle. Er würde versuchen, Kolyat aufzuhalten und dabei könnte einer von beiden drauf gehen. Das will ich vermeiden. Ja, natürlich. Danke, Shepard. Ja, ja, so bin ich. So bin ich. So, jetzt müssen wir zum Dark Star auf der 27... 28 ist der? Gut informierte Quellen berichten, dass die Asari-Schlechter, besser bekannt als Konsortin, nach Jahren schlechter Presse und Gerüchten über Geheimhaltungslücken, die Citadel verlassen wird. Hm, hm, hm. Hier geht's hoch, hier geht's hoch, hm. Da ist er. Ja, na klar. Ich kann Ihnen heute noch zwei Kisten besorgen. Sind Sie Maus? Was wollen Sie? Oh, scheiße. Krios? Ich dachte, Sie wären im Ruhestand. Commander Shepard? Ich dachte, Sie wären tot. Was wollen Sie von mir? Maul halten, Maus. Sie können sich gleich eine neue Hose anziehen. Wir brauchen ein paar Antworten von Ihnen. Hey, Shepard. Meine Auftraggeber. Sehen Sie, ich kann nicht einfach jedem Fragen beantworten. Aber mir schon. Sie haben einem anderen Drell Anweisungen für einen Attentat gegeben. Wer ist die Zielperson? Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich weiß es nicht. Ich hab nicht gefragt. Denn die Leute, für die ich arbeite... Für sowas haben wir keine Zeit. Ah! Oh Gott! Thane! Helfen Sie mir! Helfen Sie mir, Maus. Irgendwo da draußen in der Dunkelheit ist mein Sohn. Deshalb hab ich ihm den Job ja besorgt. Ich... Ich dachte, das wäre in Ihrem Sinne. Bitte! Erklären Sie das. Er... Er kam zu mir und sagte, dass er Arbeit sucht. Er hatte ein Holo von mir. Das, das Sie gemacht haben, Krios. Ich hab's dann verbreitet. Über Ihre alten Kontakte. Und Elias wollte ihn anheuern. Elias Calham. Ähm... Ich wollte das nicht tun, Maus. Aber wir haben einfach nur wenig Zeit. Gehen Sie einfach, Mann. Maus. Mir tut es auch leid. Gehen Sie einfach. Das war bestimmt nicht leicht. Maus wusste mehr über mein Leben als Colliard. Er grenzt mich an. Mit kaputten Zähnen. Und aufgeschlagenen Knien. Wie nackten Füße. Völlig schwarz. Er hat keine Zukunft. Und sieh zu mir auf. Er vergöttert die mickrigen Geschenke, die ich ihm gebe. Ich war der Einzige, der ihm damals Halt gegeben hat. Trotzdem hab ich ihn verlassen. Genau wie ich Colliard verlassen habe. Ähm... Äh... 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 Er zieht an meinem Arm. Lächelt. Er will sicherstellen, dass ich mich an ihn erinnere. Dass jeder sich an ihn erinnert. Ich nehme das Holo. Er lächelt, als er die Miniaturversion von sich in meiner Handfläche ansieht. Dann runzelt er plötzlich die Stirn. Er greift an meine Taschen. Sucht nach anderen Holos. Wo ist Ihr Sohn Krios? fragt er. Sie dürfen sich nicht die Schuld geben. Wer soll es dann tun? Wir müssen mit den Konsequenzen unserer Entscheidungen leben, Shepard. Das müssen Sie doch am besten wissen. Gehen wir zurück zu Bailey. Hey... Pfff... Ja... Irgendwie... Hm... Es sind alle... Loyalitäts-Missionen irgendwie... ...deprimierend. Es ist keiner, der will sagen... Doch, ich will nochmal ins... ...was weiß ich... ...Azari-Vergnügungspark oder so. Äh... Ja? Können wir über den Sohn meines Partners reden? Haben Sie mit Maus gesprochen? Haben Sie den Namen von dem Typen, mit dem er zusammenarbeitet? Elias Kellam. Kellam? Scheiße. Also äh... Das ist jetzt peinlich. Kellam und ich haben ein... ...ein Abkommen. Er macht nicht allzu viel Ärger und kauft von mir Karten für den Wohltätigkeitsball von C-Sicherheit. Und ich ignoriere ihn dafür. Mhm. Helfen Sie uns trotzdem? Ich lasse ihn von meinen Leuten herbringen und setze ihn in mein privates Zimmer. Dort können Sie ihn selbst verhören. Ich bleibe außer Sichtweite. Mit etwas Glück wird Kellam glauben, dass ich nichts damit zu tun hatte. Bringen Sie ihn her. Wir haben vielleicht nicht viel Zeit. Ich kümmere mich darum. Warten Sie hier. Ei, 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 ei. Hey, das sieht aus wie Dingens. Äh... ...der Typ von... ...Kasumis... ...Loyalitätskast. Wir haben Kellam. Sagen Sie Bailey, wir sind soweit. Er erwartet von mir, dass ich ihn da raushol. Heute wohl kaum. Captain, sein Anwalt ist hier. Ich wette, Elias hat seine V.I. so eingestellt, dass sie verständigt wird, sobald C-Sicherheit sich ihm auf weniger als 10 Meter nähert. Ich halte ihn auf. Gehen Sie rein und beeilen Sie sich. Wir sollten ihn gemeinsam verhören. Und immer Druck machen. Haben Sie eine Idee, welchen Ansatz wir verfolgen sollten? Hm. Reden Sie mit ihm. Appellieren Sie an seinen Selbsterhaltungstrieb. Falls nötig, werde ich die Schrauben etwas fester anziehen. In Ordnung. Ich werde so tun, als wäre ich auf seiner Seite. Aber wenn wir zu lange brauchen, kann Bailey Kellams Anwalt nicht mehr aufhalten. Machen Sie mich los, Bailey. Mich einfach hierher zu verschleppen, also wirklich. Wer zum Teufel sind Sie beide? So schlecht. Hm, wieso habe ich den Inspektor Dialog? Ich habe nicht genug von den Gedöns. Sie haben einen Attentat beauftragt. Sie werden mir jetzt sagen, wer das Ziel ist. Der einzige, der mich irgendwas sage, ist mein Anderer. Ich sage Ihnen, wie es läuft. Ich stelle eine Frage, Sie beantworten die Frage. Und Sie reden nur, wenn Sie gefragt werden. Für wen halten Sie sich an? Mr. Callum, kann es sein, dass Sie mir nicht zugehört haben? Oh, super. Sie haben mir gerade Ihren Job gegeben. Wenn Sie mich nochmal schlagen, kassiere ich auch noch Ihr Geld. Mit Ihnen fahre ich Schlitten, sobald Bailey hier auftaucht. Sagen Sie uns einfach, was wir wissen wollen. Mein Partner ist nicht sehr geduldig. Was sind Sie, Froschjunge? Sein kleiner Handlanger? Was soll das? Wollen Sie mich so lange langweilen, bis ich gestehe? Sie sind ein... Wie Sie wollen. Wissen Sie, was ich mit Ihnen mache, sobald ich hier rauskomme? Gar nichts. Nur weiter so, Sie harter Knabe. Sie kommen hier nämlich in einem Leichensack raus. Gehen Sie zum Teufel. Ganz locker. Tod nützt er uns nichts. Sind wir jetzt fertig? Ich habe nämlich Termine. Schluss mit der Geduldnummer. Ich will einen Namen. Sonst schneide ich Ihnen die Eier ab und verkaufe sie an einen Kroganer. Jorm! Jorm Jalit! Ein Jorianer aus den 800 Blocks. Wird gefürgt. Er ist bewusstlos. Ich denke, wir müssen ihn nicht aufwecken. Wenn er aufwacht, wird er Kopfschmerzen haben. Keine dauerhaften Schäden. Wir haben Koljats Ziel. Auf zu Talit, bevor er zuschlägt. Einverstanden. Was steckt dahinter? Warum hat Kelhelm den Jungen angeheuert? Für einen Attentat auf einen Torianer namens Joram Talit. Kennen Sie ihn? Joram? Sicher. Vielleicht haben Sie ja seine Plakate schon gesehen. Er hat versprochen, dem organisierten Verbrechen im Bezirk ein Ende zu bereiten. Das Problem ist nur, dass seine Botschaft in der ganzen Rassenpolitik untergeht. Er ist ein Menschenhasser. Wir müssen das Attentat verhindern. Können Sie uns zu den 800er Blocks bringen? Sergeant, holen Sie ein Einsatzfahrzeug. Die beiden müssen zu den 800 Blocks. Ja, Sir. Salbe. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ikidoki. Da ist er. Wie wollen Sie vorgehen? Folgen Sie Talit über die Wartungsstege. Sagen Sie mir, was er tut. Durch den Kroganer Leibwächter müsste er leicht zu verfolgen sein. Wo werden Sie sein? In der dunkelsten Ecke mit der besten Aussicht. Amonkira, Herr der Jäger. Lasse meine Hand ruhig, mein Zielauge sicher und meine Füße flink sein. Und sollte das Schlimmste sich ereignen, gewähre mir Vergebung. Magic. Okay, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle mal Schluss und machen dann in der nächsten Folge wieder. Also, danke für's Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye.